Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. El Niño – Einfluss auf das Wetter in 2023 Die Macht von El Niño – ein tiefgehender Blick in die Wetterforschung. Die Wetterforschung widmet sich seit geraumer Zeit dem Phänomen El Niño. Ein Klimaereignis, das jeden von uns beeinflussen kann, unabhängig davon, wo wir uns auf dem Planeten befinden. Dieser Artikel soll als eine zusammenfassende Bestandsaufnahme dienen, was wir über dieses Phänomen wissen und wie es unser Leben und die Umgebung, in der wir leben, beeinflussen kann. Was ist El Niño? El Niño ist ein Klimaphänomen, das sich gewöhnlich alle paar Jahre wiederholt und durch eine ungewöhnliche Erwärmung des Meeres in der zentralen und östlichen Region des tropischen Pazifiks gekennzeichnet ist. Dies wiederum führt zu einer Verschiebung der Wettermuster weltweit und kann Dürren, Überschwemmungen und andere extreme Wetterereignisse auslösen. Was hat die Forschung bisher ergeben? Nach Angaben des Weltklimarats IPCC und des amerikanischen Klimaforschungszentrums NOAA haben Untersuchungen in den letzten Jahren ergeben, dass El Niño-Ereignisse zugenommen haben und sich verändert haben. Die Forschung zeigt, dass sich die Ereignisse wahrscheinlich weiterhin intensivieren und häufiger werden, möglicherweise aufgrund der globalen Erwärmung. Welche Auswirkungen hat El Niño auf das Wetter? El Niño bewirkt oft, dass das Wetter in verschiedenen Teilen der Welt intensiver und unvorhersehbarer wird. Es kann dazu führen, dass einige Bereiche mehr Regen als normal erhalten, was zu Überschwemmungen führt, während andere Bereiche weniger Regen erhalten, was zu Dürrebedingungen führt. Zusätzlich kann El Niño die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden in einigen Gebieten erhöhen und zu heftigen Stürmen in anderen führen. Trotz der oft negativen Auswirkungen hat El Niño auch einige positive Aspekte. Beispielsweise kann er dazu beitragen, die Hurrikansaison im Atlantik zu mildern oder in bestimmten Regionen die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern. Was bedeutet das für die Zukunft? Da sich das globale Klima weiterhin erwärmt, wird erwartet, dass El Niño-Ereignisse häufiger und intensiver werden. Damit steigt auch das Risiko für Extremwetterereignisse. Da ist es wichtiger denn je, das Phänomen weiter zu erforschen und zu verstehen, wie es unser Klima und die Wetterbedingungen beeinflusst, um Vorbereitungs- und Anpassungsstrategien zu entwickeln. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Bewertung ist oft beim expense- Nach Mackenzie. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Zähliki